Das ist der neue Volkswagen T-Roc R und er ist das perfekte Auto für eine Situation wie diese. Hi Schatz, ich bin zu Hause. Hallo Liebling. Es ist Zeit für ein neues Auto und ich würde wirklich gerne einen Kompaktsportler haben. Oh nein, das wäre ja nicht sonderlich vernünftig. Wie wäre es denn mit dem hier? Ein familienfreundlicher kleiner SUV, guck ihn dir ruhig mal an. Oh ja, das ist schon deutlich besser. Wofür steht denn das R? Das steht für das R vernünftig. Schon besser. Danke, dass du diesen Kompromiss für mich eingehst. Wir werden heute Nacht definitiv miteinander schlafen. Fantastisch, ich hole dann einfach eben den Wagen ab. Warum habe ich Küchenpapierhaare? Lasst uns diesen Test starten, indem wir über die Motorleistung sprechen. Es ist der gleiche 2 Liter Turbobenziner, den ihr auch aus dem Golf R kennt. Und das R steht natürlich nicht für das R in vernünftig. Nein, es steht für Rennen Racing. Deswegen hat er auch 300 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. Laut VW schafft der Wagen hier den Sprint auf 100 kmh in 4,8 Sekunden, aber das werde ich lieber mal selber testen. Ich muss hier nur noch mein Equipment fürs Zeitenmessen anschließen und dann werden wir ja sehen, was Sache ist. Um den Launch-Modus zu aktivieren, muss die Stabilitätskontrolle im Sport, der Fahrmodus im Rennen und das Getriebe ebenfalls im Sportmodus sein. Dann der linke Fuß auf der Bremse. Gas geben und Bremse loslassen. Oh, der Start ist echt gut. Das ist wirklich schnell. Ich sage euch, die Zeit wird gut. Ich vermute mal, dass das schneller als 4,8 Sekunden waren. Wem wollen die hier was vormachen? Mal schauen. Ja, ich hatte recht. Von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden. Nicht schlecht für ein Elterntaxi, oder? Die Bremsen wurden im Vergleich zum normalen T-Roc R ebenfalls verbessert. Vorne die Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 330 und hinten von 288 Millimetern. Damit haben sie hinten den gleichen Durchmesser wie die vorderen Bremsscheiben des normalen T-Roc. Ebenso hat man vorne nun zwei Kolben-Sport-Sättel vom alten Golf R Performance. Sie sind damit also zwei Kilo leichter als beim normalen Golf R. Wir haben jetzt gesehen, wie gut das Auto ist im Beschleunigen, aber wie ist das beim Anhalten? Auch dafür werde ich mein spezielles Equipment nutzen und ich werde eine Notbremsung von 110 kmh ausmachen. Mal schauen, wie lange es dauert. Da sind auch schon die 110 kmh. Oh. Da ist mein Equipment fast runtergeflogen. 110 bis 0 kmh in 44,7 Metern, was ein guter Wert ist. Sehr sogar. VW hat die R-Version des T-Roc mit einem neuen Achsträger aus Aluminium ausgestattet, was die Steifheit zwischen den Vorderrädern nochmals verbessert hat. Das neue Sportfahrwerk kommt mit strafferen Federn und Dämpfern und macht den Wagen insgesamt 20 mm tiefer im Vergleich zum normalen Wagen. Man kann aber auch ein adaptives Fahrwerk bestellen, das ebenfalls sportlicher ist als das normale Adaptive. Es kostet zwar 1045 Euro mehr, allerdings ist es das auch wert. Serienmäßig ein Siebengang-Automatikgetriebe und VWs vor Motion-Antrieb. Das ist ein Allrad, der den großen Teil der Zeit nur die Vorderräder antreibt, aber bei Bedarf bis zu 50% der Kraft an die Hinterräder schicken kann, um mehr Grip aufzubauen. Der Wagen kommt zwar mit einem Sportauspuff, klingt dafür aber nicht sonderlich gut. Ihr könnt auch eine fantastisch klingende Akrapovic-Anlage bestellen, allerdings kostet die 3800 Euro. Ebenfalls werden euch einige Leute dann dazu nötigen, Akrapovic korrekt auszusprechen, was einfach merkwürdig klingt. Akrapovic. Der Wagen kommt mit einer speziell abgestimmten variablen Lenkung. Dadurch ist er sehr stabil bei hohen Geschwindigkeiten, aber auch sehr leicht zu manövrieren, da man in nur zwei Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag kommt. Eine richtige mechanische Differenzialsperre hat der Wagen nicht, aber dafür kann er mit Hilfe seiner Bremsen eine imitieren. Mehr oder weniger. Das funktioniert so, wenn ein Rad anfängt durchzudrehen, wird es gebremst und die Kraft an das Rad mit dem meisten Grip geschickt. Mal gucken, was diese ganzen Verbesserungen dem Fahrverhalten des Wagens auf einer kurvigen Strecke helfen. Dafür werde ich die Gänge jetzt selbst wechseln. Wird es mir Spaß machen? Wird er sich wie ein Golf R anfühlen? Das sollte er eigentlich. Oh, da bin ich etwas zu enthusiastisch in die Kurve gefahren, aber meine Güte, er baut wirklich viel Haftung auf. Die Gasannahme ist auch sehr direkt. Er neigt sich vielleicht etwas mehr als der Golf R, weil er ein bisschen größer ist, aber das heißt nicht, dass er keinen Spaß macht. Ganz im Gegenteil. Kann ich mit ihm auch springen? Aber selbstverständlich kann ich das. Was dachtet ihr denn? Oh, ihm gefällt es zu fliegen. Wie geil ist das denn? Das hier ist natürlich eine abgesperrte Strecke. Auf einer öffentlichen würde ich sowas natürlich nicht machen. Rechtlich gesehen ist das hier alles, was man braucht. Das war fantastisch und es hat Spaß gemacht. Er ist sehr präzise. Man kann also alles fühlen, was unter einem passiert. Auch wenn man hier etwas höher drin sitzt als in einem Golf R, fühlt er sich trotzdem genau gleich an. Zeigt jetzt das Lachen auf meinem Gesicht. VW hat wirklich eine gute Arbeit geleistet mit diesem Auto. Es ist ein sensibles Mami-Mobil, mit dem ihr wie der letzte Hooligan durch die Gegend ballern könnt. Einfach episch. Die Preise starten bei 45.200 Euro. Allerdings könnt ihr über Kawa im Durchschnitt 9.492 Euro sparen. Weil der T-Roc R teurer ist als der normale T-Roc, sollte er auch ein wenig besonderer aussehen. Und das tut er auch. Die Frontstoßstange ist tiefer und sieht aggressiver aus. Die großen Lufteinlässe hier helfen dabei, ausreichend Luft in den Kühler zu bekommen. Ebenso LED-Tagfahrlichter anstelle der Nebelscheinwerfer beim normalen T-Roc. Und natürlich gibt es noch das wichtige R-Logo, damit man auch erkennt, um was es sich hier handelt. Von der Seite aus sehen wir spezielle 19 Zoll Felgen. Das Design gefällt mir echt gut. Außerdem wurde der Radkasten mit schwarzen Plastikteilen erweitert, um dann hier unten in die ebenfalls etwas auffälligeren Seitenschweller überzugehen. Man erhält auch noch die Außenspiegel in Satin und das R-Logo auf dem Kotflügel, sowie diesen nutzlosen und echten Lufteinlass. Am Heck gibt es noch ein weiteres R-Logo, damit man auch aus jedem Winkel eines sehen kann. Die Heckstoßstange wurde auch neu designt, um etwas sportlicher auszusehen, sowie eine vierrohrige Auspuffanlage hinzugefügt. Die werde ich jetzt mit dem CarWow-Zweig der Wahrheit testen. Stochern wir mal ein wenig rum. Das ist ein sehr wichtiger Test. Alle echt. Was nicht echt ist, ist der Diffusor. Er dient nur zur Show. Genauso wie diese Lufteinlässe. Unecht und komplett nutzlos. Da habt ihr es. Auch im Interieur gibt es ein paar Änderungen gegenüber dem normalen T-Rock, wie zum Beispiel die R-Sitze, die teils Stoff- und teils Alcantara sind. Ebenso ein R-Lenkrad, das einigermaßen abgeflacht ist und natürlich auch noch ein R-Logo drauf hat. Man bekommt Aluminiumpedale, R-Einstiegsleisten und schwarz glänzende Dekoreinlagen. Normalerweise würden das Armaturenbrett und die Tür auch so aussehen. Allerdings könnt ihr auch dieses grausige Farbschema für 125 Euro auswählen, wenn ihr wollt. Aber tut das bitte nicht. Die Sache ist allerdings die, dass der Wagen sich trotz all dieser Updates von innen nicht wirklich Premium genug anfühlt. Die Qualität der Materialien im T-Rock ist insgesamt eher niedrig. Der Golf R fühlt sich da deutlich besser an. Wenn ihr eine vornehmere Version dieses Autos haben wollt, dann guckt euch mal den Audi SQ2 an. Im Fond können die Beifahrer sich ebenfalls an den R-Sitzen erfreuen. Ansonsten ist es hier typisch T-Rock, das heißt, dass ordentlich Kopf und akzeptable Beinfreiheit vorhanden ist. Mehr Platz als im Golf, aber weniger als im Tiguan. Der Kofferraum ist mit einem Volumen von 392 Litern in Ordnung, aber damit auch knapp 100 Liter kleiner als der eines Seat Ateca Cupra. Oder soll das Cupra Ateca heißen? Egal. Der T-Rock R kommt mit einer umfangreichen Serienausstattung. Großes Infotainmentsystem mit Touchscreen und Navi. Letzteres ist ganz in Ordnung, aber es ist halt die vorherige Generation. Im neuen Golf gibt es halt die aktuellste Version. Man bekommt auch das digitale Cockpit mit etwas sportlicheren Anzeigen und so weiter. Es gibt hier drinnen sogar eine Ambientebeleuchtung, auch wenn es nur eine Farbe gibt. Dafür könnt ihr dessen Intensität in der Tür und dem Fußraum einstellen. Und das bringt mich auch schon zu fünf nervigen Eigenschaften des VW T-Rock R. Wollt ihr einen sportlichen Startknopf in eurem sportlichen Auto haben? Natürlich wollt ihr das, allerdings bekommt ihr den nur, wenn ihr 390 Euro extra für das schlüssellose System zahlt. Eine Anzeige des digitalen Cockpits zeigt gleich dreimal die Geschwindigkeit. Einmal der Tacho an sich, dann die Zahl im Tacho und die Zahl neben dem Tacho. Es gibt serienmäßig nur eine Farbe, Weiß. Wenn ihr die nicht mögt, müsst ihr extra zahlen und wenn ihr dieses Blau haben wollt, was ihr wahrscheinlich tut, weil es die beste Farbe ist, dann kostet das 610 Euro extra. Das bedeutet, dass der Wagen, den ich hier neben mir habe, über 51.000 Euro kostet. Wenn ich aber die Details in den CarWall-Konfigurator eingebe, erhalte ich sofort ein Angebot von nur 43.797 Euro und spare damit knapp 8.786 Euro. Probiert ihn mal aus, einfach oben rechts klicken. Die R-Version des T-Rocs hat hinten eine Differenzialsperre für den Allradantrieb. Die nimmt allerdings ein wenig Platz vom Kofferraum weg und reduziert dadurch das Volumen um 50 Liter im Vergleich zu den Frontangetriebenen. Das Doppelkupplungsgetriebe kann beim Anfahren etwas ruckelig sein. Ja, das war nicht wirklich sanft. Aber es ist auch nicht alles schlecht. Hier sind fünf positive Eigenschaften. Bei der Entwicklung des Fahrverhaltens haben die VW-Ingenieure sämtliche Stabilitäts- und Sicherheitssysteme deaktiviert, weil sie nicht wollten, dass diese ein eventuell schwer kontrollierbares Fahrverhalten kaschieren, das durchaus bei so einem hohen Fahrzeug auftreten kann. Wo wir schon beim Thema sind, ihr könnt die Stabilitätskontrolle komplett deaktivieren, wenn ihr es ein wenig wilder treiben wollt. Aber glaubt nicht, dass ihr dann driften könnt. Das geht nämlich nicht. Der Allradantrieb des T-Roc R ist eine verbesserte Version von dem des Golf R. Das bedeutet, dass ihr nun noch schneller Kraft von den Vorder- an die Hinterräder schicken könnt. Dadurch fühlt er sich vielleicht noch ein wenig mehr nach Heckantrieb an. Zusätzlich zu den Fahrmodi, die ihr auch im normalen T-Roc bekommt, gibt es im R auch einen Rennmodus, der macht alles noch ein wenig direkter. Im Infotainment-System gibt es ein paar besondere Performance-Anzeigen, die zum Beispiel Gehkräfte, Öltemperatur oder Ladedruck anzeigen. Ihr könnt die Anzeigen so einstellen, wie ihr wollt. Es sieht ein bisschen wie ein Spielautomat aus. Und ich habe drei in einer Reihe. Ich habe den Jackpot geknackt. Die sportliche Seite des Wagens hat mich wirklich beeindruckt, aber jetzt ist es an der Zeit zu testen, wie er sich beim täglichen langweiligen Pendeln verhält. Ich schalte das Getriebe jetzt mal in den Automatik-Modus, aktiviere wieder alle Sicherheitssysteme und wechsle in den Komfort-Modus. Das wird die Gasannahme weniger direkt, die Gangwechsel sanfter und die Lenkung leichter machen. Am wichtigsten in diesem Fall, mit der adaptiven Federung ausgestatteten Wagen, ist aber, dass er dann weicher abfedert. Das ist wirklich nicht schlecht. Er ist ein wenig straffer als der Standard T-Roc mit der adaptiven Federung, aber er ist locker komfortabel genug für den Alltag. Er fährt sich insgesamt wirklich easy. Es ist entspannend und man hat einen guten Blick nach draußen, weil man etwas höher als im Golf R sitzt. Im Alltag würde man nicht ahnen, wie viel Leistung der Wagen hat, bis man jemanden überholen muss. Denn nach dem Gas geben schaltet das Getriebe sogar im Komfort-Modus schnell runter und schon ist man bei 110 kmh angekommen. Wenn ihr etwas schneller fahrt, werdet ihr von der A-Säule ein paar Windgeräusche hören. Mehr aber auch nicht. Nicht mal sonderlich laute Abrollgeräusche, auch wenn man hier deutlich größere Reifen hat als beim normalen T-Roc R. Insgesamt ist der sehr komfortabel und man kann gut mit ihm leben, aber wie sieht es mit dem Verbrauch aus? Ihr habt hier viel Leistung und das wirkt sich natürlich aus. Im Durchschnitt knapp 10 Liter auf 100 km, was wohl in Ordnung ist, wenn man die Leistung bedenkt. Wie lautet also mein Fazit zum neuen T-Roc R? Solltet ihr ihn vermeiden, in Betracht ziehen, in die engere Auswahl nehmen oder direkt kaufen? Meiner Meinung nach solltet ihr ihn in die engere Auswahl nehmen. Er ist nicht ganz so spaßig wie ein normaler Kompaktsportler, aber weil er ein familienfreundlicher SUV ist, bleibt er oft unbemerkt. Wie geil ist das denn bitte? Ich bin wirklich abgehoben. Okay, ein vernünftiges Familienauto, das Bäh, Bläh. Öko-Tipp, bewegen Sie den Gangwahlhebel in die Position D. Danke, das werde ich ignorieren.